Moment, ich mach mal hier noch ein Teil. So ein paar Abflusslöcher. So eine Kanalisation. Und ich glaub hier ist schon wieder Wasser. Ja. Ich kann dann hier gut ablaufen. Runterfallen tue ich nicht. Gegner kommen auch durch. Äh, ich frag jetzt nur, wie... ach so, okay. Ich wollte nur grad fragen, wie groß die Wassercave ist. Und wenn sie zu groß ist, dann werde ich nachher selber ertrunken. So, das muss ja wohl reichen. So viel Wasser kann er ihm noch gar nicht nachkommen. So, dann gehts wieder hoch. Ja. Okay, dann wird sie noch wegfloppen. So. So. Wo zum Teufel kommt man hier in diesen verfluchten... Tempel rein? Ha. Okay, ich kann da Hive-Steps draus machen. Ja. Aber mehr auch nicht. Wie kommt man in diesen Tempel rein? Hallo? 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 Ah, ich buddel mich da jetzt rum. Die Wurst, ich... ne. Mein Ehrgeiz ist geweckt und der wird jetzt auch befriedigt. Ohjo, er hat befriedigt gesagt. Hey. Aber irgendwo muss es doch einen verfluchten Eingang geben. Ich bin ein Terraria-Krafter, lass mich hier rein. So. Ein Terrarianer könnte man das nennen. Oha. 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 Oho. So. Ein bisschen von dem gemeingefährlichen Zeug wegmachen. Das ist ja gemeingefährlich. Oha. Glück, dass ich nicht noch mehr weggemacht hab. Sonst klären wir das Wasser jetzt schon wieder runter. So. Witt, 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 witt. Witt. Ohja. Also mein Ziel dieses Projektes ist es eigentlich, alle gängigen Bosse zu erlegen. Nachher auch jetzt die anderen, die da kommen werden. Ich werde es wahrscheinlich nicht, äh, vielleicht einige nicht machen. Wie zum Beispiel diesen Kingslime, den man schon hätte machen können. Weil ich irgendwie finde, der ist irgendwie nicht so relevant. Wo eigentlich keiner. Ich finde, der ist unnötig. Das ist Schlusssilber. Okay. Oha. Wo ist denn jemand? Ich habe irgendwie Bock, jetzt den ganzen Teil frei zu sprengen. Richtig einmal rundum. Okay. Wo ist denn jemand? Hm. Hier ist nicht viel. Eingang. 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 Hallo. Oha. Oha. Ich hab den Eingang gefunden. Oha. Das hat ja auch, das hat ja auch nur gefühlte 18 Parts gedauert. Ich weiß gerade gar nicht, bei welchen Part wir überhaupt sind. Ich glaube, irgendwann in der 50er. Oder ne, jetzt sind wir in der 60er glaube ich. Achso, das ist ne Tür Oder was ist das? Dafür brauche ich einen Schlüssel Willst du mich eigentlich verarschen? Ich habe jetzt den Eingang gefunden Und brauche jetzt noch einen Schlüssel Warum? Was ist das denn für ne Scheiße? Ganz ehrlich Ich rege mich zwar selten auf Aber das ist jetzt schon wieder ne Sache Die mich zum Kotzen bringt Tschüss Was mir wusste Ich hab Zeit Wenn es sein muss Dann spreng ich halt die ganze Dacht auf Gibt es da irgendeinen Bug, den man ausnutzen kann? Ne, ne? Brauche ich denn dafür einen Schlüssel? Einen Dschungelschlüssel? Wo gibt es den denn? Was ist das denn? Das sind doch krank, die Entwickler Ja, guck Du bist gerade gesehen Ich hab mich da irgendwie Bewegt Ne, du musst einen Schlüssel finden Um in einen Dungeon reinzukommen Für den du dich um den halben Dungeon graben musstest Äh Trottel, ey Sieht aus, als ob ich nichts besseres zu tun hätte Weil ich kann jetzt auch gar nicht ewig aufnehmen Ich muss dann auch noch Schnee schieben Weil es hat manchmal schon wieder Schnee gefallen Aber okay Das dauert ja nicht so lange So Warten, bis das Wasser abfließt Oder wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe gleich nach Hause Ich gehe nach Hause Mir reicht's Ja, die Dobby-Statue, die braucht keiner Jo Ich wurde mich einfach noch ein kleines Stück weiter Und wenn ich dann nachher immer noch nichts gefunden habe Dann, äh Bin ich erstens angepisst Und zweitens, äh Dann reicht das hier auch Dann ist genug hier Das sieht nach Höhle aus Naja Höhle aus Höhle aus Naja Hier ist auch wieder nix drinne Das ist hier mal wieder toll Ich glaube ich habe mir jetzt schon bald einmal rum gegraben ja ist okay ist gut ist gut wo ich doch eigentlich einfach alle mal haltet die schnauze bleibt alles so wie es ist so ich wurde mich hier noch mal runter okay das war nicht so toll hier mal ein stück weiter wurde auch noch nichts zu helfen wurde ich ein ganzes ende weiter links und ich wurde einfach mal hier ich verstehe es nicht gesagt jetzt brauchen wir so ein teil wo man nicht rein kommt dann kommt man danach noch nicht mal rein weil man schlüssel braucht irgendwas ist bei deren geburtsschiff gelaufen finde ich oder sind da jetzt so gute sachen drin dass es sich sogar lohnt den aufwand auf sich zu nehmen so leute ich habe mich einmal um verteilt umgebuddelt ist doch richtig nice könnte man so sagen so mal kurz zu luft schnappen ja jetzt hat er so eine rakete denn gemacht ich glaube es auch so wasser ablassen die rakete die hält ja auch eine weile ne derzeit hättest du schon vier silvesterraketen weggehauen so ok weiter rum dann kann ich auch sagen ich habe mich komplett rumgebuddelt wenn dann mache ich es auch richtig weil es gibt einen einzigen eingang für den braucht man einen verfickten schlüssel ich hasse es ich muss mal gucken wo man den schlüssel kriegt mache ich gleich noch ok und naja gut so rüber bauen so dann habe ich gleich einmal um den block und fertig ich habe mich einmal um so einen dämlichen dschungeltemper umgekehrt so ähm jetzt mal kurz gucken muss nur grad gucken ob keiner guckt ne ok äh ok vor so